Hallo Leute, ich habe meine Monitorhauer circa vor einem Jahr gekauft, aber ich habe leider keine Zeit gehabt, Video für ihn zu machen und ich habe Unboxing gemacht, also ich habe das alles aufgemacht und erster Eindruck und heute ich will Ihnen auch das zeigen, weil ich bin ehrlich, also ich bin sehr begeistert mit dem Monitor, weil man durcharbeitet ist oft mit einem Laptop oder eigentlich wie ich, zum Beispiel 21 Zoll, das ist für Augen nicht so gut und wenn du einen Vergleich hast, so fast 40 Zoll, das ist schon was anderes. Wenn du zuerst mit Laptop arbeitest und danach so schaust, wie große Fläche bei dir ist, wo du die ganze Timeline sehen kannst, das ist das richtig, perfekt ist. Das ist das richtig. Das ist das richtig. Das ist das richtig. Applaus Das ist das richtig. Boah. einfach nach vorne und da ist die aber coole so, da sieht man wie zack, eingerastet. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja klar, ein Monitor bringt nichts, da brauchst du so ein Computer oder Laptop, da brauchst du noch das Tattoo, da brauchst du vielleicht Halterung für ein Macbook oder für ein Laptop. Wie immer in Beschreibung unter dem Video finden Sie immer Links für den Produkten, welche ich heute gezeigt habe. Ich danke Ihnen und bis nächstes Mal. Tschüss.